Graz, die Stadt der kurzen Wege. Im urbanen Zentrum leben, aber Natur und Naherholung genießen. Das muss sich nicht ausschließen. Mit einem innovativen und modernen Seilbahnsystem will es die Stadt Graz den Bürgern ermöglichen, direkt aus der Stadt über den Hausberg Blabutsch zum in der Umgebung liegenden Thalersee zu gelangen. Die städtische Talstation wird in der Peter-Tunnergasse umgesetzt und ist leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Eigene Transportgondeln ermöglichen es, mühelos Fahrräder, Kinderwägen oder andere Utensilien mitzunehmen. Pro Gondelkabine haben jeweils bis zu zehn Personen Platz. Auf der Grazer Seite werden bis zu 42, auf der Thaler Seite bis zu 49 Gondeln im Einsatz sein, sodass kurze Wartezeiten bei den Stationen garantiert sind. Eine Seilbahnfahrt über den Blabutsch ist nicht nur praktisch und schnell, sondern vor allem auch idyllisch. Denn die Strecke wird eine von jenen in ganz Österreich sein, die die schönste Aussicht bieten. In nur 16 Minuten ist man von Graz aus am Thalersee angelangt. Auf den Blabutsch braucht man mit der Seilbahn sogar nur sieben Minuten. Am Berg angekommen kann man entweder direkt mit der Seilbahn weiter zum Thalersee fahren oder man steigt bei der Zwischenstation am Blabutsch aus und fährt mit dem Fahrrad bergab. Mit einem Seilbahnsystem kann man in kürzester Zeit mühelos den Blabutsch erreichen, um dort die Natur zu genießen. Oder den Thalersee in Graz Umgebung besuchen, um einen stressfreien Tag zu verbringen. Naturerlebnis und urbanes Leben lassen sich in Graz, der Stadt der kurzen Wege, wunderbar miteinander verbinden. Mit einer zukunftsorientierten Seilbahn über den Blabutsch kommt Naherholung noch näher.